Schön, dass du wieder hier bist. In diesem Video möchte ich darüber reden, was mich an Wissenschaftlern, aber auch an spirituellen Menschen ankotzt. Und natürlich ist das Video prädestiniert dafür, mehr Freunde zu machen in beiden Lagern. Nichtsdestotrotz mache ich es trotzdem. Außerdem ist das Video gänzlich ungünstig gewählt vom Titel her, denn sowohl die psychologische Perspektive als auch die spirituelle Perspektive wird natürlich sofort die Rückfrage stellen. Denn Patrick, wenn dich etwas ankotzt, fühl in dich hinein. Was könnte das bei dir sein, was das auslöst? Was hat das mit dir zu tun? Und der Ansatz hat definitiv seine Daseinsberechtigung. Nichtsdestotrotz möchte ich kein Blatt vor den Mund nehmen und hier offen über meine Gedanken sprechen mit dir. Zwei Sachen kurz vorab. Punkt Nummer eins. Wenn du dieses Video rechtzeitig nach der Veröffentlichung sehen solltest, dann findet nächste Woche Mittwoch ein Gratis-Vortrag statt. Essenz der Spiritualität. Du bist herzlich eingeladen. Es wird großartig. Ich freue mich auf dich und freue mich darüber, wenn du dabei bist. Punkt Nummer zwei. Ihr habt keine Ahnung, wie viel Macht ihr habt über YouTuber. Ein Like, ein Kommentar, die Glocke neben dem Abonnieren-Button kann unglaublich viel bewegen. Das Problem ist ähnlich wie bei Wahlen, wie beim Umweltschutz und so weiter. Jeder Einzelne denkt, was soll das schon bringen. Und weil viele das denken, bewegt sich die kritische Masse oftmals nicht so, wie sie es könnte. Also ich freue mich über jeden, der mich hier supportet. Vielen Dank dafür. Und jetzt zurück zum Thema. Was nervt mich an Wissenschaftlern? Was nervt mich an spirituellen Menschen? Also der Punkt ist, ich glaube, und davon bin ich überzeugt, es gibt auch ein schönes Zitat dazu. Was wir wissen, ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ist der Ozean. Ich glaube, wir als Gesellschaft haben wesentlich weniger Wissen, als wir glauben zu haben. Ich erlebe aber in beiden Perspektiven, also wohl bei den Wissenschaftlern, in dem Moment insbesondere bei den Psychologen, Psychotherapeuten, als auch bei den spirituellen Menschen, zu einem gewissen Teil eine Arroganz. Ich nenne das manchmal spirituelles Ego oder vielleicht akademische Hochnäsigkeit. Es gibt dafür wahrscheinlich viele Begriffe für. Darum geht es mir auch nicht so konkret, sondern der Punkt ist, ich finde es falsch, dass viele Menschen sich für eine der beiden Seiten entscheiden. Und von den Wissenschaftlern höre ich oftmals, und der Punkt ist berechtigt, dass die spirituellen Menschen ja einfach irgendwelche Hypothesen in den Raum werfen, die aus wissenschaftlicher Sicht gar nicht zulässig sind. Was damit gemeint ist, ist, laut Wissenschaftsmethodik, unter anderem Karl Popper war der große Vorreiter, gilt es, dass nur Hypothesen überhaupt eine, in Anführungsstrichen, Daseinsberechtigung haben, die das Potenzial dazu haben, sich widerlegen, beziehungsweise falsifizieren zu lassen. Wenn ich sage, als Beispiel, spirituelle Menschen sind im Durchschnitt 10 IQ-Punkte klüger als der Durchschnittsdeutsche, dann ist das eine Hypothese von mir. Ich kann das messen. Ich nehme tausend Menschen, die eine Affinität haben für Spiritualität und sich damit beschäftigen, tausend randomisierte Zufahrtsmenschen in Deutschland, die da vielleicht keine Affinität zu haben, und vergleiche die. Und wenn ich feststelle, okay, meine eine Stichprobe von den normalen Deutschen haben IQ-Mittelwert von 100 und die spirituellen Menschen auch, dann ist meine Hypothese falsch. Ich kann das prüfen. Was ich nicht prüfen kann, was wir nicht prüfen können aktuell, ist zu sagen, alles ist Geist, Gott existiert, Gott ist überall. Weil das sind alles Thesen, die im Raum stehen, die sind aber aus wissenschaftsmethodischer Sicht nicht haltbar, weil man kann sie nicht widerlegen. Wie soll man Gott ist überall belegen oder widerlegen? Das funktioniert so nicht. Und das erlebe ich im spirituellen Kreise ganz oft, dass Menschen fast schon mit einer gewissen arroganten Haltung sprechen, als wüssten sie alles und alles ist Energie, alles ist überall. Wir sind spirituelle Wesen in einem materiellen Körper. Ich für meinen Teil bin überzeugt davon, dass wir das sind, dass wir spirituelle Wesen sind in einem materiellen Körper. Aber während ich das sage, möchte ich das nicht als allgemeingültige Wahrheit postulieren, sondern weiß, dass es eine Hypothese ist und wir wissen nicht, ob es so ist. Es gibt ein Trilemma nach Biri, mach dich da gerne mal schlau, wenn du das nicht kennst, und es gibt verschiedene Ansätze. Es gibt den Monismus, den Dualismus, der genau darauf abzielt und genau diese Punkte hinterfragt. Der Monismus beispielsweise sagt, alles ist Geist oder alles ist Seele und wirkt sich auf den Körper aus. Der Körper ist quasi Beiwerk. Oder umgekehrt, der Monismus kann auch sagen, alles ist physisch, alles ist Körper und das wirkt sich auf den Geist aus. Der Dualismus wiederum kann sagen, hier, beides existiert parallel zueinander und es gibt eine Wechselwirkung. Der Geist wirkt auf den Körper ein, der Körper wirkt auf den Geist ein und so weiter. Und da gibt es verschiedene Ansätze und alle haben, je tiefer man da einsteigt, durchaus ihre Daseinsberechtigung. Wir wissen aber nicht, wie es final ist. Und wir können natürlich Hypothesen aufstellen und wir können natürlich auch Meinungen haben und wir können natürlich auch Überzeugungen haben. Aber was ich in der spirituellen Sehne halt oftmals sehe, ist, dass ganz viele Menschen einfach sagen, das ist so. Und ich weiß, dass es so ist. Und zum Teil halt auch mit Hypothesen, die sich nicht auf so existenzielle Sachen beziehen, wie ob alles Geist ist oder nicht, sondern auch Sachen wie, du musst lediglich dein Herzchakra öffnen oder um das Problem zu lösen, musst du an dein Sakralchakra gehen. Und der Energiefluss ist blockiert, mach einfach Tai Chi oder Qi Gong oder Yoga oder etc. Das kann alles sein. Aber ich finde es gefährlich, zum Beispiel schulmedizinische Ansätze gänzlich zu negieren oder wissenschaftliche Ansätze gänzlich zu negieren. Denn diese haben durchaus ihre Daseinsberechtigung und es ist gut und wichtig, dass wir die haben. Auf der anderen Seite, und das muss man aber dazu sagen, erlebe ich oft bei den Wissenschaftlern oder bei den Psychologen eine gewisse Überheblichkeit gegenüber den Menschen mit spiritueller Affinität. Weil diese eben sagen, wir arbeiten wissenschaftlich, wir machen Hypothesen, die sich falsifizieren lassen, wir können das prüfen, wir haben Gehirnscans etc. Wir können Neurotransmitter messen, Hormone messen, wir können messen, wiegen, Reaktionszeiten messen, wir machen das akribisch, wir machen das randomisiert, wir machen verschiedene experimentelle Designs. Und das, was wir sagen, ist geprüft, wir können uns weiterentwickeln und wir stellen nicht einfach irgendwelche Hypothesen im Raum, die sich weder belegen noch widerlegen lassen. Und das Argument ist valide. Was aber für mich nicht geht, ist, die spirituelle Komponente komplett zu negieren. Der Unterschied ist, dass die Psychologie, auch wenn sie sagt, sie guckt oftmals auf die Seele, auf die Psyche, oftmals Sachen im Außen misst, Reaktionszeiten, Hormone etc. Während die Spiritualität oftmals wirklich im Fokus innere Zustände hat. Und ich hatte kürzlich ein Interview hier auf diesem Kanal mit Stefan Schoch, ich werde das hier oben nochmal verlinken. Da ging es genau über diese Thematik von Ken Wilber und seinen vier Quadranten. Wir arbeiten da auf komplett unterschiedlichen Bereichen. Während die Psychologie sich oftmals beschäftigt mit dem Quadranten rechts oben, mit dem, was im Außen messbar und erfassbar ist, über Gehirnscans etc. oder über Hormone, über Blutbilder, whatever, beschäftigt sich die spirituelle Welt oft lediglich mit dem inneren Erleben. Was ich aber falsch fände, ist zu sagen, das innere Erleben existiert gar nicht, weil wir das nicht messen können. Das ist aus meiner Sicht keine psychologisch wertvolle Aussage. Denn wenn jemand aus hormoneller Sicht, aus Sicht des Serotonin, Dopaminspiegels etc. es dem eigentlich gut sein müsste, der aber innerlich zerfressen ist von Blockaden, von Negativität, von blöden Gefühlen, dann kannst du dem nicht sagen, dein Leben müsste einfach in Ordnung sein, weil alles, was wir messen, sieht gut aus. Sein Leben wird nicht in Ordnung sein und er wird es spüren und zwar mehr als deutlich. Und umgekehrt, wenn wir transzendentale Zustände haben, wenn wir Freude haben, wenn wir enormes Glück empfinden, was sich vielleicht nicht unbedingt immer 1 zu 1 messen lässt, wir werden da besser drin, Alpha-Gehirnwellen etc. Aber dann können die trotzdem existent sein, auch wenn es wissenschaftlich noch nicht so greifbar ist. Und gerade all diese Gipfelzustände, die die Spiritualität postuliert, Satori, Nirvana, Transzendenz usw., Moksha, das sind alles Zustände, die wir wissenschaftlich nicht oder nur bedingt erfassen können, weil wir noch niemals genug Versuchspersonen haben, um da Vergleichsgruppen aufzustellen. Wir können das gar nicht experimentell erfassen. Wir haben aber seit Jahrhunderten und Jahrtausenden Berichten darüber, dass diese Zustände existent seien, interkontinental, interkulturell, von verschiedensten Menschen zu verschiedensten zeitlichen Epochen. Und ich finde es alles andere als, also ich finde es anmaßend, dann einfach zu sagen, das existiert nicht, das ist doch alles irgendwie Bullshit usw., nur weil wir es heute nicht messen können. Und das ist meine Kritik an beiden Lagern. Wir haben mittlerweile subjektiv das Gefühl, aber es gibt verschiedene Strömungen, die beides miteinander vereinen. Die westliche, moderne Wissenschaft mit den uralten, fernöstlichen, spirituellen Ansätzen unter anderem. Und das ist wichtig und wunderbar, dass wir das haben. Es fließt zusammen unter anderem in dem Ansatz von Ken Wilber. Es fließt zusammen in der transpersonalen Psychologie beispielsweise, kommt von Transpersona hinter der Persönlichkeit. Denn da liegt oftmals das, was die spirituelle Welt postuliert. Während die Psychologie oft versucht, jemanden von einem kranken Menschen, von einem Leidensdruck wieder normal zu machen, versucht die Spiritualität oftmals von Normalität hinzukommen, zu höheren Bewusstseinszuständen. Und beides hat seine Daseinsberechtigung, je nachdem, wo wir stehen. Und ich bitte jeden darum, der sich auf extreme Weise in einem Lager sieht, zu versuchen, über den Tellerrand hinauszuschauen und die Daseinsberechtigung für beide Lager zu sehen. Mein Handy sagt, ich kann 12 Minuten 25 aufnehmen. Ich bin bei 12 Minuten. Punktlandung dafür, dass es nicht gescriptet war. Meld dich gerne bei dem Vortrag an, wenn dich diese Themen interessieren. Ich freue mich darüber, dich zu sehen. Lass einen Daumen nach oben da, wenn dir das gefallen hat. Bis dahin wünsche ich dir nur das Beste. Hab einen schönen Tag. Adios.